This is your brain on drugs Recruiter Kick Halt doch mal die Schnauze Wieso, das ist doch in Ordnung Recruiter Kick Kick, Kick, Kick Alter Junge du Du bist ja richtig die Pichene gewesen Okay warte, warte, jetzt halt doch mal kurz die Schnauze Warum erte ich mir den Twitch? Ja, okay rausschmeißen Kick, Kick, Kick Nein Only Recruiter Fun Mode You have to pick Recruiter And then you pick what you get killed from You got one more chance I press no But next time You pick Recruiter Okay, okay, okay I will, okay Okay, also Hey, wow, hey, wow Okay Ja, das Ding ist, musst du ja als nächstes nur Recruit picken Oder musst du ja dann picken, was da gefällt wird Für die machen wir es einfacher Wir machen einfach für die nur Recruit Oh, okay, mein Bruder steht Ich bin immer noch draußen Ich bleib auch draußen erstmal Wir sind Okay Digga, ich hab auch wieder so keinen Plan mehr von dieser Map Genau Geht mal ruhig vor, Nugget Ah, schönes Schild hier Warte, mach mal auf Wir spielen mit Bande Wir spielen mit Bande Bande Loll Come on Recruit Troll Dann kommt der Legion oben an, Alter Ich hab doch gerade Das war ein schöner Kill mit der Pumpgun von oben, ey Digga, wo? Komm, Plan, Plan, Plan Oben ist Legion, oben ist Legion Der kleine Wichser Killt ihn Gerne oben, ich rede oben Legion, oben Ich messer ihn Okay, messer ihn Am Drop ist er Der hat mich auch angeguckt 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 Der hat mich auch angeguckt, nein Wow Digga, Flash, Alter Versuch ich nochmal Ey, ich hab so geil, ich bin oben reingekommen An der Hedge, wo er war, weißt du Die hab ich aufgeschossen, bis er Pumpgun Unten drunter war sogar einer Genau, in dem Moment, wo ich abdrücke Ich hab ihn einmal getroffen unter mir Dann werde ich von der Seite weggefickt, ey Dann darfst du jetzt Legion nehmen Okay, also, Legion hab ich gekillt Ja Aber, nein, Legion hat noch wen gekillt Ich darf nicht Okay Echt? Ja Okay Aber der andere pickt auf jeden Fall auch Recruit Also dürfte ich theoretisch Legion picken Nein, darfst du nicht Nein, okay So, wir nehmen die SRS Truppe Mit Auto Pump Gun Oh yeah Nice Team Oh Er schreibt's über Lavia, Muchachos Er ist richtig in unserem Audi-Review-Potos eingestiegen, Alter Geil Okay, können wir hier irgendwas aufschießen? Ja, ich denke, können wir aufschießen, oder? Ja, zieh Digga, mach ich erstmal die Wand zu, oder? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ja Ich wohne entdeckt Eine Wand nur? Oh scheiße, welche Wand machen wir denn zu? Ja, die Außenbänder müssen, ne? Oh, die Außenbänder müssen, ne? Oh, die Außenbänder sind schon Da ist noch, kommt da Einiges Alter, warte mal Jetzt kommt Bitcher Mabossa Warte mal, schnell nach oben gehen Uh, uh Schnell nach oben Schnell nach oben Der Flitzer Mabossa, meinst du? Ja Ja Hallo 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 Ja Warte Kommt meine Scherge Oh Warte, hier kommt der Mutschatlus Ich drohne jetzt nicht mit der Entwurf Da geht Keine Wand Nein Willst du mich ficken? Uhuhuhuhu Geil Nein Nein Ja Genau das wollte ich auch Ah, scheiße, Alter Alter Kaffmushi, Alter Aber da oben ist noch einer 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 Oh oh Ja Ey, ist die Quark, Junge, Mann Ich will den haben, wo? Oben auf dem Dach, ganz oben auf dem Dach Also Oben auf dem Dach Von hier, Magen Du bist aufgeflogen Ach hier Ja, irgendwo da Nein Oh Links Ganz oben Ganz oben Ganz oben Oh, sogar Sogar, ey Dürfte es nicht sterben, Alter Wobei, doch nicht sterben Ich habe schon eine Runde gewonnen Ist der denn hier? Ja Ist er auch Hallo Digga, was für ein Mutschi Jetzt ist er runtergesprungen Ha Ha Iiih Buh Buh Reku Troll Neuer Guss Bens, Alter Bens, Alter Digga, wer ist er? Er macht gleich einen Freuden-Salto Bens, Alter Hat er bei euch auch so einen Salto gemacht? Bei mir ist noch richtig ein Salto gemacht Digga, bei mir hat er richtig einen Salto gemacht Okay Bleiben wir jetzt bei Reku Troll oder Darf ich jetzt Buchracher mäßig Jackal picken? Ah Jackal. Wir bleiben bei Reku Troll Scheiß drauf. Wobei hat Jekyll, Jekyll hat auch ne Pumpgun. Ich nehm auch die ganze Zeit nur Pumpgun. Irgendwie ist das ganz geil. Lass ich Jekyll Pumpgun mit Pumpgun nehmen? Dann musst du dich leider kicken. Krut, Krut, Krut. Warte mal, da muss ich jetzt leider auswählen. Ich würde von Capitao. Ich würde von Capitao. Ja, dann halt nicht. Fick dich. Okay, warte mal, drücken wir mal rauf hier. Egal, es hat noch nie irgendjemand Gameplay gesehen mit der Jekyll Pumpgun. 100%ig. Wir werden die ersten YouTuber überhaupt die Jekyll Pumpgun Gameplay haben. Und was macht ihr? Krut, krut. Ja, der saut das Ganze. Nein! Nein! Au. How und why. Warum urinieren sie uns unser Recruit Gameplay? Digga, ist doch so schmuf gerade. So schön schmuf. Bruh, bruh. Digga, unser ganzes Team hat hier. Exident, alles klar. Die Liebe ist hier drin. Okay, dann müssen wir das Ding jetzt rushen, ne? Ja. Mit Pumpe rushen. Ganz unten? Oh, geil. Oh, da geh ich gerne richtig ran hier. Da geh ich gerne richtig ran. Russ, Russ. Ganz unten so zu? Ja. Ruhe. Charg-Root. 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 Lens. Charg-Root. Nose run run run. Rann die Wolle run. Rann die Wolle run. Rann die Wolle run. Ach so, ich muss vielleicht beeilen jetzt? Alter, warum komm ich da nicht rein? Oh. What! Wird dewickelt getötet? Run, Boy, run. Blief. Lieb. Geil. Ich hab zu bescheiden. Boa... Lass. Ob du meineD ... geworfen ich war ja ja aber auch so er sucht die schuld auch noch bei anderen oder letztes sie glaube ich im rum oder der wird jetzt besser challenge ja man das nicht guck mal sogar das gegner-team feiert das sogar das gegner-team feiert das unser das beste match das ich jemals gemacht hat 17,5 21